Na, das liegt doch auf der Hand. Gucken Sie sich mal diesen schönen Campus an und davon haben wir drei. Einen hier am Zentralkampus, einen in Sachsendorf und einen wunderschönen Campus in Simpfenberg. Aber Spaß beiseite, wir können auch mehr als einen schönen Campus haben. Wir haben, denke ich, eine internationale Studierendengemeinschaft hier, die es sehr attraktiv macht für alle, die hier studieren. Wir sind eine weltoffene Universität, die modern ist, bestens ausgestattet. Wir haben oft schon Bestnoten bekommen für unsere Studiengänge und ich glaube, dass sich das auch daran widerspiegelt, dass gerade unsere englischsprachigen Masterstudiengänge so viele Bewerbungen, tausende Bewerbungen in den letzten zwei Jahren bekommen haben. Sie kennen Ihre Profs oft persönlich und können mit denen ins Gespräch kommen, aber und ich halte das für einen ganz großen Vorteil, Sie können sich auch schon in Ihrem Studium an dem beteiligen, was hier geforscht wird und das sind die großen Themen, die was mit der Zukunft der Region, aber auch mit der Zukunft in der ganzen Welt zu tun haben. Themen wie die Energiewende, der Klimawandel oder eben auch gesellschaftliche Transformationsprozesse, die uns alle sehr beschäftigen. Vielen Dank.